Hallo, hier ist Ziggy. Heute möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks zum Thema Zielen und Schießen in Shellshock Live geben. Wenn du ein aktiver Spieler bist, bist du in Shellshock Live mit Sicherheit schon mal auf einen Gegenspieler gestoßen, der dich immer wieder perfekt getroffen hat, und zwar egal aus welcher Entfernung. Da hast du dir schon sicherlich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ja, es gibt eine Methode, mit der man immer wieder perfekt treffen kann, vorausgesetzt es ist kein Wind eingestellt, und das ist die Linealmethode. Ich möchte noch eines vorneweg sagen, hier in diesem Video geht es jetzt nicht darum, ob es fair oder unfair ist, so ein Lineal einzusetzen. Fakt ist nämlich, dass diese Methode bekannt ist und in Shellshock Live sehr oft eingesetzt wird. Ja, deswegen bin ich der Meinung, dass jeder darüber Bescheid wissen sollte. Okay, und hier zeige ich dir nun, wie du so ein Lineal erstellen kannst. Gehe dazu auf den Übungsplatz und wähle am besten diese Karte hier aus. Die hat nämlich eine große Ebene und genau das benötigen wir, um so ein Lineal erstellen zu können. Fahr dann ans Ende der Ebene und stell deine Feuerkraft auf 100% und deinen Winkel auf 90 Grad. Jetzt nimmst du ein Stück Papier. Es sollte genauso lang sein wie dein Monitor oder etwas länger. Du kannst es dann später ja zuschneiden. So, und du machst eine Markierung an deinem Panzer und schreibst 90 Grad hin. So, jetzt verringerst du deinen Winkel um einen Grad und feuerst deinen Schuss ab. So, der kommt jetzt dann an und du siehst anhand von dieser Spur, wo er landet. Jetzt hältst du dein Stück Papier hin und zwar mit der Markierung an deinen Panzer, also 90 Grad. Und dann machst du bei 89 Grad die nächste Markierung und schreibst dann hier unten 89 hin. So, wenn du das getan hast, einfach nochmal deinen Winkel um einen Grad verringern und wieder abfeuern. So, jetzt kommt dann gleich der Schuss an und du siehst hier wieder die Spur. Jetzt legst du wieder dein Papier an, 90 Grad an deinen Panzer und machst hier deine nächste Markierung hin und schreibst 88 hin. Das machst du jetzt so lange, bis du da hinten angekommen bist, ja. Dein Lineal, wenn es fertig ist, das sieht dann in etwa so aus wie das, das ich jetzt hier einblende. Okay, das funktioniert dann übrigens auch von beiden Seiten das Lineal. Wenn du auf der linken Seite mal stehen solltest, musst du an den gegnerischen Panzer dann einfach nur deine 90 Grad Markierung anlegen und die Gradzahl, die dann bei deinem Panzer ist, ablesen und ja, dementsprechend halt deinen Winkel einstellen. So, jetzt wirst du vielleicht sagen, hey CG, was ist denn mit Waffen wie Inferno, ja. Wenn ich die nach deiner Methode so abfeuere, dann schießt die überall hin, aber nicht da, wo ich hin will. Das liegt dann daran, dass man diese Waffe in 45 Grad Winkel abfeuern soll. Daran habe ich also auch gedacht. Und zwar, kannst du dir ein zweites Lineal erstellen? Dann, dazu stellst du den Winkel auf 45 Grad ein und der bleibt immer auf 45. So, jetzt verringerst du deine Feuerkraft auf 15%. Moment, ich will noch einen anderen Schuss aus, das dauert sonst immer zu lang, bis der da abfeuert. Hier, meine Sniper nehme ich dazu. Okay, und jetzt feuere ich ab und du siehst die Markierung hier, ja. Jetzt nimmst du ein zweites Blatt Papier und legst es da an und schreibst hier bei deinem Panzer 0 hin. Und machst die zweite Markierung hier hin und schreibst dann hier 17, weil du ja mit 17% Feuerkraft geschossen hast. So, und das machst du jetzt so weit, bis du irgendwann dahin angekommen bist mit deinem Schuss. Und dein Lineal sieht dann in etwa so aus, dass ich gerade hier ins Bild einblende. Ja, und zu den Waffen, die man in 45 Grad Winkel abfeuern sollte. Da gehört unter anderem zum Beispiel Stream, Creek, River und so weiter oder hier Eleven Ball. Ja, wenn man den abfeuert, dann sollte der in etwa so aussehen. Dann fliegt der schön geschlossen. Um dir die ganze Arbeit zu ersparen, habe ich ein Lineal erstellt, das jeder Spieler benutzen kann. Und das sieht so aus. Du musst es lediglich an deinen Monitor anpassen, da es ja viele unterschiedliche Größen gibt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Als erstes erstellst du ein Tabellendokument in LibreOffice. LibreOffice kannst du kostenlos im Web herunterladen, aber ich denke, mit Microsoft Office dürfte das genauso gut funktionieren. So, danach markierst du hier die Zeile 8, gehst auf Einfügen, Bild und hier wählst du das Bild mit dem Lineal aus. Den Link dazu findest du in meinem Beschreibungstext. So, dann dürfte das in etwa so aussehen. Jetzt rechte Maustaste auf das Bild, hier auf Position und Größe gehen. Darauf achten, dass hier das Seitenverhältnis gesetzt ist, zumindest der Haken meine ich. Und nun zum wichtigsten Schritt. Hier muss jetzt die Breite von deinem Display hinein. In meinem Fall sind es 51 cm. Nimm nun einen Meterstab und misse die Breite von deinem Display aus. Aber nicht die Gesamtbreite von deinem Monitor, sondern wirklich nur vom Display. Dann auf OK klicken. Jetzt wird das Bild angepasst. Nun gehst du hier auf Druckvorschau und dann auf Seitenformat und wählst Querformat aus. Das sieht dann in etwa so aus. In meinem Fall sind es hier jetzt drei Seiten. Je nachdem, wenn du auf dem Laptop spielst und einen kleinen Bildschirm hast, werden das dann halt nur zwei Seiten sein. So, und nun druckst du das Ganze aus. Und so sieht dein Druckergebnis dann aus. Jetzt legst du dir ein Bleistift, Klebeband und eine Schere zurecht. Machst eine Markierung hinten auf der ersten und auf der zweiten Seite am Ende des Ausdrucks. Dann nimmst du deine Schere und schneidest die beiden Enden ab. Jetzt nimmst du das Ende der ersten Seite und legst sie auf den Anfang der zweiten Seite. Dann nimmst du dein Klebeband und fixierst die beiden Seiten. Achte darauf, dass die Linie in der Flucht bleibt. So, jetzt nimmst du das Ende der zweiten Seite und legst sie auf den Anfang der dritten Seite. Danach fixierst du das Ganze wieder mit Klebeband, ziehst hinten eine Linie am Ende des Ausdrucks und schneidest das Ganze ab. So, jetzt nimmst du deine Schere und trennst die zusammengeklebten Seiten auf der Markierung. Dann knickst du das kürzere Ende auf der Linie ab. Das sieht dann in etwa so aus. Und dann wiederholst du das Ganze nochmal hinten mit der längeren Seite, knickst es an der Linie ab und dann faltest du es. So sieht das Ganze dann in etwa aus. Jetzt nimmst du dein Klebeband und klebst hinten das gefaltete Papier zusammen. So sieht das Ergebnis aus. Damit wird dein Lineal stabil und du kannst es problemlos am Monitor anlegen. Okay, das war's auch schon. Wenn du irgendwelche Anmerkungen zu diesem Thema hast, schreib das einfach in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.